hallo erst mal total herzlich willkommen zur kobra elf fangemeinschaft so meine eine hat jetzt viel werbung gemacht ich habe gesagt live ich habe gesagt aufzeichnung ich schaue mal also ich bin gerade kräftig dabei ich habe euch ja gezeigt wie ich am arbeiten war ihr merkt mich etwas ruhiger weil ich bin jetzt fertig ich habe also alles fertig so da haben wir ein bisschen nils da war ein bisschen erdogan familie mit seinen sachen ich habe es leider immer noch nicht einmal hat mir zwar gerade auch gesagt kommt aber heute in dieser aufzeichnung ist sonntag und ich stehe vor der kamera weil ich gerne praschen möchte praschen heute gratulieren vor laufende kamera herzlichen glückwunsch praschen ich hoffe es geht dir gut und du feierst schön dein geburtstag wir haben heute den 13 oktober 2019 und ich muss jetzt noch nicht so in die presche springen und irgendwelche sachen machen also auf dem weg begrüße ich unsere gesamten mitglieder die mitmachen ich begrüße wirklich herzlich den nils und erdogan der im moment nicht so viel zeit hat ich bedanke mich vor laufender kamera für seine ware ich habe es auch an noch einmal hier so ganz kurz hier so seht hier cobra 11 ich überlege noch das habe ich ihm auch geschrieben den erdogan ob ich eine riesenfigur ein ankleide mit seiner ware ja weil die schön ist und geld warm sieht gut aus und ja man ist schon ein bisschen verbunden mit cobra 11 und mit erdogan so laudatio auf die serie ist klar die ist angekommen seit über weit über 20 jahren das geht glaube ich in das 24 jahr dann mit dieser pia die da jetzt die kommissarin macht wie sie an dem tag heißt laut chris nils tschuldigung schuld laut nils soll sie susanne heißen keine ahnung ob die susanne heißt oder nicht für mich ist es immer noch die pia heute hat er mir da ich finde die also schnitt ich finde die videoclips die erdogan so hin und wieder auf den weg bringt wenn er gefahren wird und diesmal war wie gesagt pia mit an bord und in der eifel haben die sich verfahren fand ich super also an alle mitglieder die also genauso hinterher sind hinter gimmicks hintergründe pia hat ja reichlich schon auf den weg gebracht ja der regisseur hat den baum umarmt und all solche sachen alles wovon ich spreche habt ihr sicherlich auf der fan seite gesehen so ich bin euer administrator ich achte nur darauf dass alles funktioniert hauptberuflich arbeite ich ja halt auch mit der kamera deswegen stehe ich jetzt davor so heute möchte ich noch zum abschluss noch ein einziges mal happy happy birthday dir prashant sagen werde glücklich auf deinen wegen du hast ja vieles vor ja hier wie gesagt sind alle die fragen wurden gestellt deswegen stehe ich vor der kamera und beantworte diese fragen alle ok nils und erdogan waren noch nicht hier dafür waren aber sehr sehr lange hier seit vielen jahren deswegen hängen die jetzt auch hier praschant jetzt habe ich ihren namen gerade jetzt ausgerechnet verlaufen da kann ich den namen vergessen aber egal und die detlep scholzen ja also kriege ich auch irgendwann mal wieder hin das müsste ich da hinten hinrennen aber wer sie erkannt hat den theater courage weiß jetzt wer sie ist warum den namen jetzt vergessen habe weiß ich auch nicht also ich war gut vorbereitet um diesen videoclip zu machen gut ich habe jetzt ein hänger bedingt dadurch dass ich den praschant jetzt so oft gratuliert habe und sie ist also nicht mehr so oft sie ist momentan im hochsauerland ja sie ist im hochsauerland sie könnte wenn sie es wüsste dass da gedreht wird für kuba f eben kurz erscheinen sie war ja auch mal kurz da so heute mache ich nicht so lange ich wollte nur sagen dass diese hintergrundwand oder die informationswand für die kunden präsenz überall hängen informationen ich habe euch den grund ja auch genannt wenn google 360 hier erscheint das ja auch 360 grad ab liegt und ihr wirklich so da muss ich natürlich vorbereitet sein ich arbeite natürlich jetzt vom 13 bis zum 19 ganz schön kräftig und die kunden werden hier auch einiges verwüsten wieder das bedeutet dass ich heute in einer woche ziemlich früh aufstehen muss um hier alles wieder sauber zu machen damit google 360 auch alles ordentlich aufnimmt so jeder von euch kann heran zoomen kann die texturen dann lesen ja und all solche sachen andere texturen die überdeckt sind kann man dann halt nicht lesen die werde ich auch nicht freischaufeln ihr sollt euch wohlfühlen also tagtäglich sind hier viele viele kunden deswegen schaffe ich es nicht live die frage habe ich somit auch beantwortet weil nils mich gefragt hat ob ich wegen dieser live geschichte ja ich schaffe es nicht ich wüsste jetzt auch nicht wie viele stunden ich jetzt hier vor einer live kamera verbringen müsste wenn ich dann da angesprochen würde das klappt nicht aber ich werde jetzt aber dennoch viel geld ausgegeben für die live geschichte auch die 4k kamera habe ich gekauft dafür nur der computer sagte zu mir irgendwie die kapazität war von aus welchem grund auch immer so ich werde jetzt ein klein von schliff machen das so ein bisschen ja für weihnachten also weihnachts ja ich weiß wir sind im oktober aber meine kollegen haben schon mal am 14. september weihnachten eröffnet also ich mache jetzt hier eine sache ich hoffe die kunden die also morgen wieder erscheinen werden fühlen sich wohl ja also wie gesagt ich schaffe jetzt wie gesagt zum 19. nicht alles ich versuche halt nur dass das hier ja sauer ist ihr werdet ihr werdet den praschant sehen in einer werbungskampagne ich habe den also diese werbungskampagne habe ich kurz gesagt abgelegt weil die werbungskampagne wohl enorm weil in hamburg ihr wisst ja im moment hängt das ja alles so in so seile die kreta hat da so einen aufschwung das mit den ausländern hat aufschwung also ich kenne das alles gar nicht aber ist halt so und deswegen muss auch ich dann immer ein bisschen aufpassen dass da nichts entgleitet so ich bedanke mich jetzt zum allerletzten mal ja als euer administrator als derjenige welche die gruppe jetzt führt anführt und ins leben gerufen mit chris mit nils mit nils und an dem tag auch mit erdogan also erdogan war am ersten so ist das nicht so ich hoffe ihr habt viel spaß und ich hoffe ihr kriegt das auf die kette ihr könnt mir irgendwas zukommen lassen könnt mich ja fragen was ich da machen soll mach ich dann okay so ja ihr merkt ich bin ein bisschen müde weil wie gesagt gestern um 8 uhr bis 20 uhr hier sauber gemacht umperformt die bühne hergerichtet die dekoration hergerichtet man muss ja leider auch geld verdienen ne so ja also dann meine lieben freunde ihr seid auf dem sogenannten daten highway kiosk ja dann könnt ihr nicht so richtig lesen und auf dem daten highway kiosk wird vieles verkauft ja und vieles gesammelt so ungefähr sehe ich das also das hier zum abschluss mache ich immer noch ehrenamtlich sozusagen ich nehme kein geld dafür ich mache alles mögliche ich habe auch einige entertainer da nur wenn ich beauftragt werde wie die andere wie der oberbürgermeister oder halt andere gesellschaften imagefilm oder so das kostet leider geld ich kann also kein imagefilm drehen ohne bezahlt zu werden also auch wenn irgendeiner von den künstlern die jetzt hier hängen äh ariane genau jetzt habe ich sie wieder ariane ariane wie gesagt macht ja auch werbung der fscholzen macht werbung und alle anderen arbeiten ja auch für geld ja nils erdogan auch auf jeden fall so und die ware die da auf den weg gebracht wird durch erdogan ja ich habe gerade amazon wieder einen pfeil bekommen hatte ich auch gestern bekommen aber egal am wochenende liefert amazon hier nicht das weiß ich so davon gehe ich aus dass auf montag die ware da ist dann springe ich auch sofort vor der laufende kamera und ich überlege ob ich eine schaufensterpuppe mit erdogans sachen ankleide und die dann hier in eine ecke einstelle schaue ich habe genug ecken frei weil die ära der star wars puppen geht hier wohl so langsam schon neige vielleicht frage ich mal ehrlich ich frage ich habe gefragt ich habe erdogan gefragt ob er interesse hat vielleicht kann ich auch seine sachen hier irgendwie euch anbieten dass ihr direkt hier kaufen könnt mal schauen mehr als fragen konnte ich nicht okay alles klar also ihr seid hier in der start-up studios ihr wisst was ein start-up ist ihr seid in den next to me studios ja ihr wisst auch was next to me bedeutet aufzeichnung überspielung ist klar von uralten sachen neue sachen und dann haben wir natürlich nie studios wo passbilder und das alles gemacht wird und da könnt ihr auch das sehen wovon ich gesprochen habe wollte wo sie kommen das war eine wahnsinns coole kampagne wo er da an den häuser wänden in hamburg gehangen hat aber praschant hat es dann ein bisschen mit humor genommen weil leider dort sturm gelaufen wurde passiert schon mal aber egal für mich bleibt das das war eine wahnsinns schöne kampagne mit ihm und die bleibt in der erinnerung sie bleibt hier und hier ist die stadt essen die kann man sowieso vergessen ob es nicht so schlimm ja jedenfalls habe ich ihn überall hingehängt also ich habe euch überall hingehängt weil wenn google 360 hier alles mitnimmt kann ja jeder zoomen und dann schau mal und so weiter es sind auch reichlich texturen die ihr dann lesen könnt die habe ich extra drapiert hingehängt ja auch hier achtung wichtige informationen diese sammelfiguren sind deko und verkäuflich auch nur auf anfrage es sind historische figuren wie auch geschichtliche schauspieler in dessen film rollen es sind ausschließlich sammelfiguren wie auch zeitgeschichte weil einige schauspieler sind ja schon mal in gewissen uniformen aufgelaufen nicht wahr so na gut, Churchill ist jetzt der echte der da oben steht und Herr Hess ist auch der echte der da steht Montgomery ist auch der echte und die anderen Herren aus der Zeit 30 bis 35 sind auch echt aber der Herr Wald zum Beispiel ist Schauspieler Coburn ist Schauspieler dann habe ich da noch einen britischen Schauspieler dann habe ich noch ein paar andere Schauspieler die da in gewissen Rollen waren die stehen da also für die die halt bei 360 grad diese Figuren dann entdecken werden und dann gezielt drauf gehen da steht aus sicherheitsgründen ganz groß Zeitgeschichte ich bitte das auch zu lesen es ist Zeitgeschichte ok so ja so About Me Studio für Künstler aller Sparten mal schauen was sich im Jahre 2020 da so ergeben wird ja ich habe da so eine Anfrage von der sogenannten Kursley Show der war auch bei ProSieben bei Voice der ist ein Sänger also überwiegend auch Wendler und jetzt kloppen die sich da wieder hier um die Ecke sozusagen habt ihr ja gelesen in der WAZ also die müssen also diese sogenannten harten Z-Promis die müssen schon mal hin und wieder Gas geben um da wieder in die Zeitung zu kommen in alle Munde zu kommen ob das alles so gut ist weiß ich nicht ja es gibt nur mal Z-Promis die benehmen sich natürlich extra so weil die A-Promis sind ja sehr ruhig die haben es auch nicht nötig vor laufender Kamera zu stehen irgendwelche Laudatien oder irgendwelche Kadaumes äh Van Damme ich habe jetzt Van Damme bin also auch Diamond weil ich da sehr viel mit zu tun habe bin bei einigen Diamond mittlerweile gibt es das bei Facebook erschreckt euch nicht ist okay ähm diesen diesen Diamond könnt ihr euch hier bei mir auch verdienen glaube ich muss ich gucken wie das funktioniert dass ihr hier bei dieser Fangemeinschaft Cobra 11 RTL euch da so ein Diamond verdienen kann muss ich mal in die Performance gehen und gucken wie ich das einstelle dass ihr eure Diamonds auch bekommt na und dann sieht man ja auch also die Gründungsmitglieder ist Nils Maja Anita habt ihr ja gelesen meiner einer ich habe die so angegeben als Gründungsmitglieder weil wir darüber philosophiert haben und daraufhin habe ich diese Gruppe gegründet so aber sie an alle deswegen stehe ich hier heute nochmal und möchte euch das erklären die entstand jetzt ist richtig ich musste ja auch erstmal vorbereiten ich muss mir was ausdenken und sie auf den Weg bringen und dann war das ja okay weil Nils äh sein Caravan also seine Sauna und äh da Erdogan auch nochmal verwiesen hatte auf sein Arche Projekt kam das gut in dem Moment habe ich das hier nochmal vor äh nicht nur vor laufender Kamera sondern auch an den Schaufenstern für die Kunden mal äh ins Leben gerufen dass da ein bisschen Geld äh ist ja Weihnachten so es ist weihnachtliche Zeit bald und ich würde mich schon freuen wenn ihr den Wagen unterstützt für Nils ja den Saunawagen und wenn ihr natürlich die Arche unterstützt für Erdogan ja also das ist schon mal eine tolle Geschichte darauf werde ich vielleicht mal verweisen vielleicht auch live verweisen ich werde auch meine Kunden so ein bisschen darauf eichen warum nicht warum soll man nicht Nils äh unterstützen mit seinen und warum soll man Erdogan nicht unterstützen mit seiner Arche ne so das ist nur eine Idee um Gottes Willen nagelt mich bitte ich bin nicht fest ich achte auch drauf ich werde also eine Dramaturgie erstellen ich muss mal gucken wie ich die Sendung mache ich versuche sie abzupeppen seht ihr so ein paar Sachen passieren ja immer hier ich will also nicht einfach herunterspulen und nur sprechen sondern ich möchte euch halt auch mit daran teilhaben also ihr sollt auch daran teilhaben wie dieser Shop läuft nur Kunden möchte ich halt nicht vor laufender Kamera haben wenn die das nämlich nicht möchten so jegliche Kamera Arbeit auch eine fröhliche Kamera Arbeit auch eine lustige egal ist Arbeit und wenn die dann kaputt gemacht wird und man hat dann Ärger dann macht das keinen Spaß also immer kann ich da nicht aufpassen ich versuche aufzupassen ja dessen was ich sage was ich vorführe worüber ich reden werde also heute war halt Prashant hat heute Geburtstag Happy Happy Birthday Prashant ja am 13.10.2019 war jetzt hier die Aufzeichnung und wie gesagt seit dem 10.10.2019 habe ich das hier alles ne und dann schauen wir mal was dabei rauskommt ich werde ja morgen merken wie die Kunden darauf reagieren ich werde merken wie die Kunden das aufnehmen ja schauen wir mal was dabei rauskommt ihr seid also bei mir total recht herzlich immer willkommen auch Anita und Maja und sowieso die Schauspieler ja meine lieben Kollegen Schauspieler ja meine lieben Kollegen Schauspieler ja meine lieben Kollegen von den Medien ihr kostet richtig Geld äh ich auch ich kann nicht immer alles umsonst ja ich habe so viele Künstler hier mach mal eben mach mal eben mach mal eben ja ja klar natürlich kann ich machen warum nicht äh aber wisst ihr auch ich habe zwischendurch Hunger und ich muss leider und ihr wisst ja wenn man das hauptberuflich macht ist die Welt immer neben allem ihr wisst welche Welt ich meine der Fiskus und wie die alle so heißen ja und die Abgeordneten und mit ihren Ideen Artikel 13 und ne die ganzen Vorschriften und 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 so ich habe mir das ist mein das hier ist geschäftlich privat auf deutsch gesagt auch Nelson Mandela der da drüben hängt der wird also mich jetzt hier nicht angreifen weil er hängt sondern weil ich auch so auch viele äh Nelson Mandela Kunden hier habe äh ist halt so und ich habe also auch viele ehemalige Schauspieler hier die bei euch schon waren bei Cobra 11 ja es sind etliche die ihr leben und wollen auch Moloch und das alles und Frank Montenbrock und Prashant Javal ihr wart ja alle da so involviert so jetzt habe ich euch begrüßt total recht herzlich ich habe Prashant meine Laudatio gegeben sie möge mir verzeiht den Namen am Anfang vergessen hatte ähm und ihm helfe ich sehr gerne und schau mal ne jetzt habe ich den Namen nicht nicht habe ich jetzt nicht erinnert wollte ich jetzt auch nicht ich merke nämlich ich werde so langsam müde ich muss nämlich nur arbeiten ja ich muss nur arbeiten auch wenn ich vor laufende Kamera stehe ich habe ein bisschen anders ich kann also wie die Schauspieler die müssen Texturen lernen und ich muss hier für meine Kunden alles machen damit die das ordentlich bekommen was sie da gerne haben möchten ne die Zahlen nämlich auch wenn es nur 20 Cent sind ne okay so ist ja nun mein Showbill und jetzt möchte euch auch weihnachtlich schon einstimmen obwohl das Quatsch ist wie gesagt äh so sieht es dann hier so leicht weihnachtlich aus an sich wollte ich da oben noch ne Art äh Dekoration machen von 3m x 2m vielleicht kommt die auch da hinten hin die äh 3m x 2m muss ich mal gucken ähm aber äh da Google 360 Grad hier alles aufnehmen wird hab ich mir so ausgedacht und hab auch überlegt ob ich das vielleicht schon ähm nicht aufnehmen damit man sieht wie auch im weihnachtlichem Geschäft wenn wir auch schon eine Medien Mediengeschichte sind ja das ist eine äh Kulisse an sich für Tricktechnik ja an sich ist die Kamera nach dem Piefer ihr wisst ja wie Tricktechnik funktioniert das ist eine weihnachtliche Geschichte die dann da mit Figuren äh gemacht wird jetzt äh wie gesagt nicht äh jetzt äh ist halt hier hier wird halt gearbeitet an den Geräten hier hier ist jetzt sozusagen die Kopierspraße äh ich seh gerade im Range dass man das gar nicht sieht okay ich kann nicht den Deckel hoch machen müssen so wie gesagt das ist äh Fenstergeschichte jetzt eine weihnachtliche Geschichte ob die Kunden das mögen weiß nicht ich weiß nur dass die halt meine Trick meine weihnachtliche Tricklandschaft die mögen die ja also wenn die ich schon alle mitnehmen wollte ja aber die wollte ich halt für Animationszwecke behalten weil das eine schöne Kulisse ist die schön hoch da passen also auch die 6 inch äh Figuren zu äh extra spezielle so das war jetzt aus meiner kleinen Welt aus der Welt von Star Wars normale Figuren dann aus der Welt der Schauspieler dann die Welt der Tricktechnik die man halt auch verwenden kann für eine weihnachtliche Dekoration denn hinter dieser Kulisse stecken ja die Weihnachtsmänner die halt im Schaufenster jetzt die Menschen anschauen die Menschen die Weihnachtsmänner und dann das dann die Lampen die dann dazu demnächst angebracht werden damit es wirklich weihnachtlich ist das ist halt eine normale Landschaft normale Häuser die halt äh mit Schnee bedeckt sind das ist halt nicht so schlimm so da oben ist also auch noch nicht so feierlich winterlich beziehungsweise weihnachtlich das ist ein normaler Liebeskranz mit liebevollen Herzen die man äh kaufen kann und daraus etwas machen so ich bedanke mich noch einmal ich sage herzlich willkommen zur Show herzlich willkommen zum Shop herzlich willkommen zur Medienbild ja meine einer hat sich jetzt mehr als einmal vorgestellt euer Medienkanzler ja ich bin nun mal der Medienkanzler und mach da einige Sachen und mach auch den Flimmer heiß der Flimmer heiß ich habe also viele 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 Shows schon gemacht weil ich ja schon sehr lange dabei bin so ich habe mich einfach nur gefreut 40 Jahre Jubiläum 10 Jahre Online Jubiläum also 10 Jahre bei der Firma Google äh ist schon eine Hausnummer ähm ja ich hoffe dass die Kunden sich weiterhin hier wohlfühlen ähm wenn die arbeiten dass die Kinder dann wie gesagt ähm ja dann was zu sehen haben ähm wie gesagt die Eltern wissen ja dass hier kaum etwas zu kaufen ist weil das eine reine Dekoration eine reine Film äh Geschichte und auch das brauche ich an sich okay ich habe schon viele gehabt die diese Dekoration unbedingt haben wollen aber da ich den Preis kenne was ich dafür ausgegeben habe ähm ist das wohl nicht möglich dass ich das abgebe ist halt so also also da drüben habe ich jetzt so eine kleine Star Wars Straße mit ein paar Figuren da oben sind die äh ganz tollen guten Figuren darüber die Schauspieler ja dann New York als auch als Kulissenbild mehr kann ich nicht anmelden hier in my studio next to me studio the start up studio alles hier ja das ist das was ich so anbiete und äh ja Nils Erdogan ähm Actionkonzept RTL ja schauen wir mal wie das rüberkommt schauen wir mal wie ihr darauf reagiert ich habe noch eine ganze Woche Zeit um vielleicht noch einige Dekorationseinheiten hier unterzubringen ich soll ja auch nicht zu überladen sein aber ich bestehe ja nun mal aus äh Marketing äh Medien und Kopien also noch mehr kann man ja gar nicht anbieten ich stelle nur gerade fest ich muss natürlich morgen jetzt mache ich Feierabend jetzt mache ich das Video fertig für euch ich sage noch einmal herzlich willkommen alle ja aus aller Welt herzlich willkommen welcome to my Copyhouse Medienhaus und ja so ich hoffe also ich weiß ich weiß ich weiß dass sehr 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 viele sich hier wohl gefühlt haben wirklich sehr wohl gefühlt haben und äh muss mal gucken ja wie gesagt ähm dreimal zwei Meter würde jetzt wohl nicht ausschauen ich weiß jetzt nicht ob ich die Dekoration da irgendwie runter drapieren lasse oder halt in dem anderen weiß ich mal nicht ne so ich werde jetzt mal wieder hier kann sein dass Prashant Danke sagt kann auch sein dass andere äh sich melden ich kriege sehr viele Informationen deswegen habe ich hier so eine Spezialuhren ne und äh ja ich gucke mal in wer dort war hab ich ne ne ist privat ist ok in Ordnung ladies and gentlemen now I will come to my show welcome to my show welcome to my medium world and so on yeah ja ich hoffe ihr habt genauso viel Spaß wie ich Spaß haben werde mit euch und noch einmal vor laufende Kamera Nils Erdogan solltet ihr mal auf der A40 sein rein Ruhezentrum dreimal abbiegen seid ihr bei mir ja und ich meine ich kann eine Menge bieten so ist es nicht wir können auch im Jahre 2020 über vieles reden aber ein Problem was es nicht gibt ich arbeite für die kleinen Frank Montenbruck und verschand und diverse an und dann ja hab ich ja vorhin noch gemacht ähm ja also für normale Schauspieler normal so die jetzt irgendwie ein E-Cast brauchen oder eben ihr Hobby vorstellen wollen oder halt ein Bild brauchen ja von sich und so weiter dafür bin ich zuständig ich habe ein sogenanntes Schnellstudio äh erarbeitet für schnelle Fotografie für schnelle Bearbeitung und Cutting ja das ist mein Hauptberuf und deswegen habe ich solch einen Shop so und jetzt verabschiede ich mich total recht herzlich bedanke mich obendrein auch noch Frau Schanf habt deinen Geburtstag heute ist der 13.10.2019 gewesen ihr seid immer noch hier in Frohnhausen der Stadt Essen ihr seid immer noch hier in meinem Shop ja halt in dieser Ecke die nicht so schön ist aber wenn die Leute hier so arbeiten wirkt das schon es lockert alles ein bisschen auf und wenn ihr da die Leute so anschaut Wolledose kaufen Meatbrushern ja Detlef Schulzen und so weiter ja ok herzlich willkommen im Datenhighway Kiosk ohne Zuhilfenahme von Maschinen